Beim nächsten Mal lieber vorher rasieren. So, das war er. Der Beweis, dass der menschliche Körper die beste Erfindung von Mutter Natur ist. Besonders, wenn es darum geht, sich mächtig zu blamieren. Bis zum nächsten Mal. Wir wissen, wie gerne ihr anspruchsvolle Videos guckt. Also haben wir uns auf der ganzen Welt umgeschaut und die bescheuertsten Clips überhaupt ausfindig gemacht. Wir haben beste Freunde, Blindfischer und Vollpfosten. Ehrlich, wir zeigen euch nur die allerbeklopptesten Videos. Heute zeigen uns die Jüngsten, wie man für Lacher sorgt. Zunächst auf zum Spielplatz, wo Kinder stets einen Heidenspaß haben. Wir leben in schwierigen Zeiten. Stand-up in Zeiten der Pandemie. Überhaupt, dass wir das machen dürfen in dieser Zeit? Ja. Schlaub ich schlumm. Unter erschwerten Bedingungen. Mega weird. Aber so nötig wie nie. Covid, Alter. Die Leute haben die Straßenseite gewechselt. Als sie mich gesehen haben. Ich war als Batman verkleidet. Meine Spitznamen sind Martin Luther Kinn. Kinder Maxi Kinn. Stand-up 3000. Die neuen Folgen. Freitag, 23 Uhr. Meine Nippel sind hart. Auf Comedy Central. Was ist das? Überraschung. Na, der Pick-up-Artist aus den 90ern. Und er weiß, wie man den Swag auftritt. Schlag mich, beiß mich. Gemeinsam seid ihr zwei schon stark. Ich bin sicher, dass ich dein Foto schon mal irgendwo gesehen hab. Oh, jetzt weiß ich's wieder. Es war im Lexikon. Gleich neben Boy. Will, die Jury ist begeistert. Also. Bis später, Leute. Beim Prinz von Bel-Air. Montag bis Freitag, 17.30 Uhr. Auf Comedy Central.